In meinem Fall, glaube ich, war es ausschlaggebend, als ich einfach schon jahrelang reingearbeitet habe und sie mich gekannt haben und auch gewusst haben, was ich kann oder nicht kann. Die Entscheidung war nicht nur, glaube ich, um meine Person, sondern generell um die Funktion an sich. Es hat sich dann so ergeben, dass die Geschäftsführung der Meinung war, die Funktion brauchen wir, die Stelle brauchen wir und Manfred ist geeignet dafür. Ich bin sehr akribisch in dem, was ich tue. Ich höre auch nicht auf, ich lasse mich locker und das sind auch die größten Vorteile von mir. Was ich mir von zukünftigen Mitarbeitern wünsche, ist einfach Flexibilität, Belastbarkeit, Anwesenheit und Umgänglichkeit. Also ich glaube, wenn man motiviert ist und ein wenig Engagement mitbringt, kann man auf jeden Fall eine Quereinsteiger machen, solange man ein bisschen ein technisches Hintergrundwissen hat. Wir sind ein sehr schnell, sich schnell wandelnder Betrieb teilweise auch. Unsere Maschinen werden immer wieder erneuert. Wir sind eigentlich immer state of the art und dementsprechend anpassungsfähig sollten auch die technischen Mitarbeiter sein. Vielen Dank. Vielen Dank.